12, 11, 10, 9, Ignition Sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, all engines running, liftoff, we have a liftoff. Hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Sonderfolge des Countdown-Podcasts, der Frank ist auch da, hallo Frank. Hallihallo. Es soll jetzt in dieser Sonderfolge um nichts Thematisches gehen, sondern mehr um Metathematisches. Ähm, LiberaPay ist ja ein Service, den wir in der Sendung, oder beziehungsweise ich in der Sendung immer gerne bewerbe, als sehr schöne Alternative zu Patreon oder Paypal. Und, ähm, vor einem Tag gab LiberaPay bekannt, dass ihr Zahlungsanbieter, also der Service, der für sie die Zahlungen über Kreditkarten und andere Sachen, also alles, was nicht direkt per SEPA-Lastschriftverfahren reinkommt, handelt, dass der sie rauswirft. Und zwar, äh, ziemlich zeitig, nämlich zum 26. Juli. Und... Ja, also nicht mal in zwei Wochen. Genau. Das muss man sich vorstellen, dass die mit zwei Wochen, äh, denen sagen, ja, okay, wir machen nicht mehr. Genau. Bisschen frech, würde ich mal behaupten. Ja, wo LiberaPay auch im Blogpost schreibt, dass so eine normale Kündigungsfrist bei so einem großen Unterfangen eigentlich bis zum Ende des Jahres geht. Also, dass man sagt, okay, ihr habt bis zum Ende des Jahres Zeit euer System umzustellen. Ähm, der Hintergrund ist dahinter, dass, ähm, das ist auch bei Patreon passiert, dass, äh, diese großen Kreditkartenfirmen, Mastercard und Visa, ähm, anscheinend es nicht haben wollen, dass man da not safe for work Content, also erotischen Content, sagen wir mal so, über ihren Service abwickelt. Liebesbisschen, das ist der Hintergrund. Genau. Und, ähm, wenn das Visa und Mastercard nicht wollen, dann ist das natürlich so ein ganzer Rattenschwanz, der dann bis zu LiberaPay und Patreon runterführt. Deswegen hat Patreon zum Beispiel alle, äh, solchen Content von ihrer Webseite verbannt. LiberaPay hat Ähnliches angeboten, dass sie gesagt haben, okay, wir, wir kontrollieren jeden neuen User und alle Bestehenden und wenn das euch nicht passt, dann blocken oder sperren wir die. Ähm, Mann, ich dachte, das wäre wenigstens was Wichtiges, sowas wie, äh, äh, wir wollen verhindern, dass, dass, äh, Nordkoreaner irgendwie ihr Geld auf sie anschicken oder so. Aber du kennst doch, du kennst doch die Amis. Die wollen, die wollen keine Brüste auf ihrem Service. Naja, auf jeden Fall, ähm, es geht halt darum irgendwie, MangoPay, das begründet, ja, dass man halt, dass LiberaPay halt zu offen sei und dass ja jeder dort einzahlen könnte und das ginge natürlich nicht. Okay, und, okay, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ähm, insofern ihr bei LiberaPay seid, dann geht bitte auf die Webseite und, äh, 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 du kannst irgendwo, es gibt eine neue Seite, die nennt sich Emptying Your Wallet. Ja, genau, also wer LiberaPay benutzt, der weiß ja, man, es gibt eine digitale Wallet, wo man erstmal einen Haufen Geld einzahlen kann und den dann tröpfchenweise verteilen kann. Und da gibt es jetzt einen neuen Button, wo er sagt, okay, einmal schlagartig leeren, das könnt ihr entweder in eure eigene Tasche entleeren, also auch einfach wieder selber zurücküberweisen. Ähm, oder ihr könnt das einfach auf einen Satz, ähm, an eure Spendenempfänger verteilen, also je nachdem, wen ihr auf LiberaPay unterstützt neben uns, wird das quasi auf einen Satz, ähm, an diese Leute verteilt. Ja, ähm, die zwei Optionen haben, ja. Äh, bisschen blöd. Genau. Deswegen, äh, reagiert da mal. Genau, ähm, genau, also ihr habt im Grunde die zwei Optionen, entweder euch das Geld selber zurücküberweisen oder an alle Spender quasi auf einen Satz überweisen. Man, ich bekomme dann, oder wir bekommen auch angezeigt, okay, das ist jetzt eine Sonderüberweisung, das sind, äh, keine Ahnung, 25 Cent für zehn Wochen, also irgendwie 2,58 Euro. Und dann sieht man auch, dann sehe ich auch, okay, das ist jetzt so eine Sonderüberweisung. Und, ähm, genau, und das muss man bis zum 26. Juli machen, also ich muss dann auch alles Geld, was noch bei LiberaPay liegt, quasi runterschaffen. Ich warte da bis zum letzten Torschluss, damit noch alle, die uns irgendwie noch was überweisen wollen, das machen können. Und, ähm, es wird sich dann auch langfristig so ändern, wie ich LiberaPay verstanden habe, dass wenn man, ähm, quasi Geld überweist, dass das direkt an die Leute weitergeleitet wird. Und, dass das dann in Zukunft auch so, äh, angezeigt wird mit, okay, wenn ihr uns für ein Euro pro Woche unterstützen würdet und ihr zahlt zehn Euro ein, dann werden diese zehn Euro direkt, äh, quasi, äh, an mich überwiesen. Für, sagen wir, dann steht da, okay, das ist jetzt zehn Euro und das rechnet sich in ein Euro pro Woche. Und nach zehn Wochen bekommt ihr halt die Erinnerung, okay, euer Geld ist jetzt quasi, also die zehn Wochen sind um, willst du noch weiter unterstützen oder, ähm, willst du es sein lassen? Das ist ein bisschen jetzt doof, weil das halt diese, diese Wiederholung nicht hat. Das hat aber mit Mango, das hat mit MangoPay aber nichts zu tun, weil die haben ihrerseits einfach mitbekommen, verdammt nochmal, äh, so wie wir das jetzt machen, haben wir eine Buchhaltung aus der Hölle. Genau. Und, äh, das, das können wir, das können wir so nicht weitermachen, wir müssen das irgendwie umstellen. Genau, weil LiberaPay da. Das wussten die, das wussten die sowieso schon. Ja, weil LiberaPay da einfach sehr viel Geld, äh, rumliegen hat, was nichts tut und, ähm, die haben halt einfach gedacht, ja, okay, so Mini-Überweisung im Cent-Bereich jede Woche zu handeln ist sehr einfach, stellt sich raus, es ist sehr kompliziert und, ähm, ja, ist halt noch ein sehr aktives Projekt, da wird es noch ein bisschen Umbruch geben. Ich finde es schade, wenn das jetzt wieder sterben würde, weil ich LiberaPay von, von der Philosophie her besser finde als PayPal oder Patreon, ähm, weil die ja einen sehr offenen und transparenten und, äh, nicht auf Gewinn ausgerichteten Charakter haben. Ja, das wird wahrscheinlich dann auch wieder kommen, aber, äh, wie gesagt, zur Zeit ist es jetzt, äh, ist es nicht völlig klar, was ist, weil die wurden genauso überrumpelt. Genau. Ähm, und da muss man deswegen halt, äh, erstmal das Geld da irgendwie wieder wegnehmen, wieder rausnehmen von, von LiberaPay, damit ihr es wieder habt, damit ihr da nichts verlieren könnt. Genau. Und dann einfach, äh, abwarten und Tee trinken, ne? Ja. Okay, ich hab hier grad Kakao, keinen Tee, aber was soll's. Ähm, ich hab mich jetzt im Zuge dieser ganzen Geschichte dazu entschlossen, auch mal mich drum zu kümmern, eine IBAN-Adresse zu bekommen, auf die man direkt Geld überweisen kann. Also, es wird jetzt auf der Webseite nicht nur Franks Kontoadresse sichtbar sein, sondern auch meine, ähm, und da könnt ihr dann auch per Dauerauftrag oder Einzelspende direkt Geld überweisen. Das ist natürlich die beste Option, weil, äh, das quasi vom, also, äh, Cutting out the middleman, da passiert einfach dazwischen gar nichts, sondern ihr schickt mir oder Frank direkt Geld, ohne dass da noch ein, ein Mensch dazwischen das Geld irgendwie in die Hand nehmen muss. Jo. Okay, ich glaub, das soll's mehr oder weniger gewesen sein, ne? Ja, genau, also, es gibt jetzt die neue Option der Direktüberweisung, auch an mich, ähm, genau, zur Transparenz, also, ich, ich übernehme halt auch, äh, zur Zeit alle Hostingkosten und so, ähm, wir haben jetzt noch kein, also, das ist schon ein extra Podcast-Konto, aber, ähm, genau, also, Frank und ich, wir haben da noch getrennte Konten. So gut kennen wir uns noch nicht. So lieb haben wir uns noch nicht, dass wir gemeinsame Konten haben. Ja. Ähm, genau, PayPal geht auch, da wir noch in so einem kleinen Rahmen operieren, nehmen die auch noch kein Geld von uns, ähm, und Patreon ist weiter, ist weiterhin aktiv, ist natürlich mit Amerika und Dollar und alles, äh, die wahrscheinlich kostenintensivste Option. Aber nur, damit ihr Bescheid wisst, wie ihr uns unterstützen könnt, wenn ihr uns unterstützen wollt und was mit Libera Pay gerade passiert und deswegen wollten wir es jetzt auch, hatten wir es jetzt unter zehn Minuten und, ähm, ja, werden das jetzt quasi gleichzeitig zur richtigen Folge raushauen, damit ihr auch was zum Knabbern habt in Richtung Raumfahrt. Jupp, okay, tschüss, tschüss.